Ricky Nelson, ein Name, der das goldene Zeitalter des Rock'n'Roll und den nostalgischen Charme von Amerikas Lieblingsfamilie, den Nilsongs, heraufbeschwört. Von seinem jugendlichen Lächeln in The Adventures of R.C. and Harriet bis zu seiner Transformation in ein Musik-Ikone war Nilsongs Reise von außergewöhnlichem Ruhm und tiefgreifenden Herausforderungen geprägt. Doch hinter dem Vorhang seiner öffentlichen Persona verbarg sich eine Erzählung voller persönlicher Prüfungen und Herausforderungen, eine Geschichte, die der Welt weniger bekannt ist. Ricky Nilsongs Entstehung erfolgte unter dem Glanz des prominenten Status. Am 8. Mai 2019 40 tauchte Ricky als zweiter Spross einer herausragenden prominenten Familie auf. Harriet und Asi Nelson, bereits für ihre Fähigkeiten als Schauspieler und Sänger bekannt, hiegen von Anfang an hohe Ansprüche an Ricky. Doch seine frühen Jahre waren frei von Prunk und Glanz. Rickys prägende Jahre waren von Zerbrechlichkeit und Introversion gezeichnet. Geplagt von schwerem Asthma kämpfte er während seiner frühen Existenz mit Fragilität und Maliese. Beschrieben als zurückhaltend, rätselhaft und introspektiv in seiner Jugend, deutete seine Entwicklung kaum auf das Aufkommen eines weltweit bekannten Teenager-Idols hin. Dennoch erwies sich der Ruf des Scheinwerfers als unwiderstehlich und trieb ihn auf eine rasche Reise zum Ruhm. Ricky assimilierte sich schnell in die Sitcom seiner Eltern, The Adventures of Asi and Harriet, wo er und sein älterer Bruder David fiktive Versionen ihrer selbst annahmen. Der Erfolg kam schnell, die Show wechselte vom Film, wo Ricky mit dem Hollywood-Herzensbrecher Rock Hudson zusammenarbeitete, zu einer Fernsehserie. Doch der Glanz des Ruhms warf Schatten der Widrigkeiten. Rickys Bühnencharisma manifestierte sich früh in The Adventures of Asi and Harriet, engagierte sich das jugendliche Wunderkind in Improvisationen und theatralischem Überschwang, Erinnerte an einen kleinen Jerry Lewis und rief spontanes Gelächter beim Studiopublikum hervor, doch diese Disposition stieß auf Missbilligung seines Vaters Otzi, der beharrlich behauptete, Sohn. Es gibt keine solche Entität wie einen jugendlichen Komiker-Otzis Einfluss erstreckte sich über kreative Belange hinaus. Inmitten des kolossalen Triumphs von Otzi und Harriet fand sich Ricky im Wohlstand wieder, während seine Altersgenossen noch karge Pennys zählten. Sowohl David als auch Ricky häuften ein beträchtliches wöchentliches Taschengeld von 500 Dollar an, das die Einnahmen eines durchschnittlichen amerikanischen Anwalts zu dieser Zeit übertraf. Bedauerlicherweise hielt Otzi diesen Wohlstand von seinen Söhnen fern, bewahrte ihn in einem Sparreservoir und gewährte ihnen eine karge Zulage, um zu verhindern, dass sie verwöhnt würden auf dem Papier schien es vernünftig, aber in der Praxis löste es dauerhafte Probleme für Ricky aus. Otzi und Harriet hat sich in die amerikanische Sitcom-Geschichte eingraviert, hauptsächlich Ricky zu verdanken. Doch hinter den Kulissen entwirrte sich das Gewebe der Show. Trotz Rickys monumentalem Erfolg trennte ihn eine karge Zulage von den Sphären sowohl des Daseins eines Stars als auch einer konventionellen Kindheit. Ohne ein Gefühl der Zugehörigkeit begann das Entflechten. In schulischen Bereichen wurde Ricky zu einem berüchtigten Störenfried und nachlässigen Schüler. In einem Tippkurs, in dem er eine D-Note erzielte, setzte er Spuckkugeln ein und amte Stimmen heimlich nach. Im Englischunterricht sah man sein akademisches Versagen, gekennzeichnet von ständiger Verspätung an den seltenen Tagen, an denen er teilnahm. Gleichzeitig entdeckte Ricky während dieser Zeit seine wahre Berufung eine Berufung, die sein Erbe unauslöschlich festigen würde. Inmitten des Reigens von Rickys vielfältigen Talenten war sein schauspielerisches Können nicht der einzige Edelstein. Während seiner prägenden Jugendjahre blühte eine zusätzliche Faszination auf die Beherrschung von Gitarre und Schlagzeug. Die ein angeborenes musikalisches Talent offenbarte Elvis Presley und der rebellische Geist des Rock'n'Roll wurden zum Epizentrum von Rickys musikalischem Orbit und dienten als Fanfare gegen die einengenden Erwartungen der 1950er Jahre. Getreu seiner Natur war Rickys Antwort nichts weniger als eine Rebellion. Inmitten des strengen Griffes der väterlichen Herrschaft befand sich Ricky am Wendepunkt einer musikalischen Revolution, die das Land erfasste. In Verachtung nahm er eine sartoriale Metamorphose an, geschmückt mit Koteletten und zurückgekämmtem Haar. Eine greifbare Manifestation seines jugendlichen Rockaufstands. Die Auswirkungen auf seinen kontrollierenden Vater, Otzi, waren wahrscheinlich nichts weniger als apoplektisch, jedoch weiteten sich die väterlichen Sorgen bald über Fragen der persönlichen Erscheinung hinaus. Die Beute des Ruhms erstreckt sich über opulente Lebensstile und finanziellen Reichtum hinaus, sie umfasst den Reiz von Bewunderern und den Tanz der Romantik. Ricky, weit davon entfernt, die Aufmerksamkeit zu verachten, die sein Ruhm erregte, nahm sie von einem frühen Zeitpunkt an mit offenen Armen an. Bei einem glücklichen Treffen befand sich Ricky auf einem Date mit einem Mitliebhaber von Elvis Presley. Es war zu diesem Zeitpunkt, dass er eine entscheidende Erklärung abgab trotz des Fehlens eines Plattenvertrags, der ihn bindet, verkündete Ricky, um seine Begleiterin zu beeindrucken, seinen bevorstehenden Eintritt in die Welt der Aufnahmen, indem er die Laufbahn seines Idols, Elvis, nachahmte. Doch bevor dieses Unterfangen sich entfalten konnte, verhinderte ein katastrophales Ereignis beinahe seine Ambitionen. Während sie die Weiten des Sunset Boulevard durchquerten, begab sich Ricky auf ein kühnes Experiment, um die Grenzen seines Porsche auszuloten, scheinbar unbeeindruckt vom Fehlen von Sicherheitsgurten. Ein Detail, das sowohl von Ricky als auch von seinem Begleiter Stuart übersehen wurde, stieg die Geschwindigkeit auf kühne 120 Meilen pro Stunde. Stuart, die drohende Gefahr spürend, flehte Ricky an, zu verlangsamen, Doch das Unglück materialierte sich genau in dem Moment, als er seinen Flehen aussprach. Als das Duo durch die Straße raste, stießen sie auf einen Abschnitt, der von einer Sprinkleranlage überschwemmt war und den Asphalt in einen gefährlichen Wasserlauf verwandelte. In einer frenetischen Reaktion leitete Ricky ein abruptes Prämanöver ein, das eine Folge von Ereignissen auslöste, darunter einen tumultartigen Dreh und einen atemberaubenden Überschlag, bei dem die Reifen des Fahrzeugs abgerissen wurden. Das Ende dieses schrecklichen Schauspiels ließ alles weit von in Ordnung entfernt zurück. Trotz Forrest Stuarts wundersamer Umgehung von Schaden wandte sich sein Blick Ricky zu und beobachtete ein viszerales Tableau des Schreckens der Star, von Schrein umgeben, drückte akute Angst um sein Bein aus, das schnelle Eintreffen von Krankenwagen brachte das verletzte Duo ins Krankenhaus und enthüllte die düstere Realität. Sie trugen beide gebrochene Becken im Anschluss an den gigantischen Unfall, und ihr Überleben war ein Glücksfall. Unbekannt für die Zuschauer, diente dieses Ereignis als tragisch bedrohlicher Auftakt. Während Otzi, Rickys väterliche Figur, sich möglicherweise durch die Trotzreaktion seines Sohnes beunruhigt und durch den anschließenden Autounfall erschüttert fühlte, besaß er eine scharfsinnige Anerkennung von Rickys musikalischem Potenzial eine lukrative Aussicht. Die ihm nicht entgangen war Otzi, der eine Geldmachergelegenheit erkannte, unterstützte Rickys aufstrebende Gesangslaufbahn mit Nachdruck, ohne Rücksicht auf die gegenteiligen Äußerungen des Letzteren. Die sich entfaltenden Ereignisse würden jedoch Otzis unerschütterliche Unterstützung rechtfertigen. Indem er seine einflussreichen Verbindungen innerhalb der Branche nutzte, orchestrierte Otzi eine Zusammenarbeit zwischen Ricky und Verve Records, einem Label. Das aktiv nach einem jugendlichen Künstler mit einer etablierten Fangemeinde und bescheidener stimmlicher Begabung suchte trotz Rickys Behauptung der Einmischung trieb Otzi mit Überzeugung seinen Sohn in die Welt des professionellen Gesangs. Der Unterzeichnungsvertrag umfasste die Aufnahme von drei Songs, wobei der Track I'm Walkin'. Im Mittelpunkt stand doch die ersten Schritte dieser musikalischen Reise nahmen eine unerwartete Wendung. Geleitet von Rickys leidenschaftlicher Hingabe zum Rock'n'Roll, seiner Unterhaltungsabstammung und dem Eifer, sich als Sänger einen Namen zu machen, hegte Verve Records optimistische Erwartungen an ihren neuen Star. Doch ihr Optimismus stieß auf schnelle Desillusionierung Ricky, obwohl er über angeborenes Talent verfügte, stieß auf Herausforderungen, als er mit Songs konfrontiert wurde, die eine akribische Atemkontrolle, eine weitreichende stimmliche Bandbreite oder solche mit bestimmten Worten verlangten, die seine stimmliche Begabung herausforderten. Nach Ansicht eines leitenden Angestellten galt Ricky als weit entfernt von einem erfahrenen Sänger, mit einer spürbaren Abwesenheit von stimmlicher Begabung. Merkwürdigerweise erwies sich diese scheinbare Schwäche letztendlich als bedeutungslos, dank des genialen Eingriffs seines Vaters Otzi, der noch einen brillanten Plan in petto hatte. Im März 2019 57 waren Rickys erstes professionelles Aufnahmen, so bescheiden sie auch sein Mochten, für die Veröffentlichung bereit. Was folgte, war ein Geniestreich im Marketing, der die 50er-Jahre prägen sollte. In seiner Rolle als Impresario orchestrierte Otzi die Ausstrahlung von Rickys erstem Live-Auftritt in der Familiensendung Otzi und Harriet, strategisch vor der offiziellen Veröffentlichung der Single I'm Walkin'. Doch der erste Empfang spiegelte nicht die Größe des Plans wider. In Wirklichkeit trug Rickys Auftritt keinerlei Authentizität, da der aufstrebende Künstler alle Zeilen von I'm Walkin' mimte das fernsehgerechte Spektakel, weit entfernt von einer nahtlosen Ausführung, entfaltete sich als unbeholfene Präsentation, die Ricky sichtlich beunruhigte und unsicher zurückließ, ein Gefühl, das auch sein Bruder David teilte, der es als eine sehr verliegende Version des Songs beschrieb. Nach Abschluss des Stücks durchströmte eine kollektive Erleichterung die Atmosphäre, da die Zuschauer hofften, dass die Performance Rickys aufstrebende Karriere nicht unwiderruflich beeinträchtigen würde, doch sie ahnten nicht, welche wahre Auswirkung diese scheinbar ungeschickte Vorstellung haben würde. In der Folge dieses Fernsehauftritts machte sich Ricky an die Arbeit seiner frühen Karriere und übernahm die Rolle eines unbezahlten Darstellers bei einer lokalen Higgs-Schulversammlung, bei der er eine Version von Blue Moon of Kentucky darbart. Diese Routine, bezeichnend für die Mühe, die mit aufstrebenden Karrieren einhergeht, bereitete die Bühne für eine unerwartete Wendung der Ereignisse eine, die nichts weniger als erstaunlich sein würde. Nach der Ausstrahlung der neuesten Folge von Otzi und Harriet strömte eine Menge von Teenager-Mädchen, offensichtlich von der Show fasziniert, zur Versammlung, wo Ricky auftrat. Ihre kollektive Reaktion, manifestiert in Schreien, Rufen und Gaspis, ließ keinen Raum für Zweifel. Wenn Ricky sich über die Natur des Phänomens unsicher gewesen war, folgte bald darauf Klarheit. Ricky Nelson war zu einer wahren Übernachtssensation geworden. Mit Otzi und Harriet, das ein Millionenpublikum ansprach, überschwemmte eine ununterbrochene Flut von Fanpost das Nelson-Haushalt, begleitet von einem unaufhörlich klingenden Telefon. Gruppen von verliebten Teenager-Mädchen versammelten sich an den Studiotoren, um verzweifelt einen Blick auf den aufstrebenden Herzensbrecher zu erhaschen. Und das war erst der Anfang. Die Begeisterung rund um Ricky Nelson zu dieser Zeit lässt sich nicht leicht beschreiben. Nicht nur ein Walken unter Teenage-Romance stiegen rasch in den Charts auf, sondern auch der Erfolg des jugendlichen Schauspielers brachte eine neue Klassifikation hervor. Der Begriff Teen Idol fand seine Geburt speziell, um das Phänomen zu umschreiben, das Ricky Nelson war. Doch trotz dieses aufkeimenden Ruhmes lauerten Komplikationen am Horizont. Mitten in den Massen von bewundernden Bewunderern, die ihn unerbittlich verfolgten, bewahrte Rickys Herz seine Treue für eine einzige Figur. Die Mitmusikerin Lori Collins die Dynamik dieser liebevollen Liaison war jedoch mit einer gewissen Komplexität versehen, da Rickys Alter von fast 18 Jahren mit Collins zarterem Alter von 15 Jahren kontrastierte. Dennoch minderten Altersunterschiede nicht ihre Fähigkeit, sich zu behaupten, und sie wurde tatsächlich zu einer transformierenden Kraft in seinem Leben. Obwohl Collins Jugend trug sie die Narben von Unternehmungen im Unterhaltungsbereich, hatte sie doch seit ihrer frühen Kindheit mit ihrem Geschwister im Rampenlicht als Teil der Collins Kids gestanden. Diese gemeinsame Vergangenheit schuf nicht nur eine Gemeinsamkeit mit Ricky, sondern verlieh ihr auch bedeutende Verbindungen und geschliffene Fähigkeiten, die sich rasch als unschätzbar erwiesen. Über die Einführung von Ricky bei Größen der Countrymusik, darunter Johnny Cash und Tex Ritter, spielte Collins eine entscheidende Rolle bei der Mitverfassung seiner ersten Komposition Maigal bedauerlicherweise war die romantische Verbindung dazu bestimmt, von Anfang an turbulent zu sein. Ricky Nelson, geschickt darin, eine lohnende Aussicht zu erkennen, erlag einer intensiven Schwärmerei für Laurie Collins. Die Leidenschaft zwischen den beiden Teenagern war so tiefgreifend, dass Diskussionen über eine Ehe in den Bereich des Möglichen traten. Doch diese aufkeimende Verpflichtung stieß auf ein unerwartetes Hindernis, als Rickys Mutter, Harriet, angetrieben von Befürchtungen, dass ihr Sohn von der Karrierebahn abweichen könnte. Erneut Eingriff und jede Diskussion über eine Ehe zunichte machte doch fairerweise stand Ricky kurz vor einem monumentalen Karrieremeilenstein. Im Oktober 2019 57 enthüllte Ricky feierlich sein erstes Album. Dass passenderweise Ricky getauft wurde die folgenden Monate entfalteten sich wie ein bezaubernder Traum bis zum Abschluss des Jahres auf Platz 1 der Charts, doch der Höhepunkt dieser Leistung übertraf selbst solche Auszeichnungen, als Ricky vorübergehend sein Idol, Elvis, übertraf. Zwischen 1958 und 1959 genoss Ricky den Glanz von zwölf Hits an der Chartspitze, womit er Elvis übertraf, der nur elf vorweisen konnte. Ricky Nelson stieg zu unvorhergesehenen Höhen auf, doch der Aufstieg in den Ruhm brachte auch eine dunkle Seite mit sich. Anfangs lieferten die Massen von Fans, engagierten Fanclubs und die überschwängliche Fanpost zweifellos einen erheblichen Ego-Schub für Ricky, doch die Süße der Bewunderung verwandelte sich schnell in Bitterkeit. Ein beunruhigendes Ereignis bei einem Treffen sah sechs Mädchen, die Ricky bedrängten, sich unter sein Auto zu werfen und ihn seltsamerweise zu bitten, sie zu überfahren, die Fallstricke des Ruhmes nahmen eine bedrohliche Wendung. Doch Rickys Prominenz stand kurz vor einer noch größeren Verstärkung. Inmitten des Ricky-Nelson-Fiebers, das die Nation ergriffen hatte, rief Hollywood ihn in das Reich der hochbutgetirrten Westernfilme. Neben Größen wie Dean Morton und dem Inbegriff des Cowboys, John Wayne, erwies sich Rickys Mitwirkung in Rio Bravo als entscheidend für seinen kolossalen Erfolg. Der Film zeigte Rickys bemerkenswerte Starpower und Regisseur Howard Hawks verlieh ihm mehrere Gesangsszenen. Doch der Höhepunkt von Rickys Karriere wurde von einem bevorstehenden Abstieg begleitet. Die frühen 60er Jahre sahen eine Attacke von jenseits des Teiches eine britische Invasion, die amerikanische Rock'n'Roll-Legenden schnell verdrängte. Angeführt von niemand anderem als den Fab Four, den Beatles, machte diese musikalische Revolution selbst Elvis machtlos. Rickys scheinbar unbesiegbarer Starpower begann zu verblassen. Um der drohenden Finsternis zu entkommen, ersann er einen verzweifelten Plan. Was verbirgt sich in einem Namen für Ricky Nelson umfasste es alles in dem Bestreben, das Etikett eines Teenager-Idols und das makellose, allamerikanische Image, das damit verbunden war, abzulegen. Entschied er sich an seinem 21-Geburtstag für eine bedeutende Veränderung ernahm den Künstlernamen Rick Nelson an, doch dieser Schritt erwies sich mehr als Fehltritt denn als strategischer Wendepunkt. Der Gipfel des Erfolgs, den er Ende der 50er Jahre erlebte, entzog sich ihm und persönliche Tragödien zeichneten sich am Horizont ab. Während dieser Zeit verliebte sich Ricky in eine auffällige junge Frau namens Chris Harmon. Sie stammte aus einer Familie, deren Linie eine Schauspiel- und Modelmutter und einen renommierten Football-Star-Vater verbannt. Chris schien die perfekte Partnerin zu sein. Die Wendung in der Geschichte lag jedoch darin, dass sie eine Familienfreundin war und die Zustimmung von Rickys anspruchsvollen Eltern erhielt. Doch das war erst der Anfang. Ricky und Chris hatten zahlreiche Parallelen, was den Eindruck erweckte, dass das Schicksal ihre Verbindung gelenkt hatte. Beide hatten introvertierte Tendenzen, die im harten Scheinwerferlicht genährt wurden. Darüber hinaus hatten sie mit dominanten und kontrollierenden Eltern zu kämpfen. Hamons waren strenge Katholiken mit einer Vorliebe für Urteile. Es überrascht nicht, dass das Tempo ihrer Beziehung vielleicht etwas zu schnell eskalierte. Das Jahr 1963 markierte einen entscheidenden Wendepunkt, als Chris feststellte, dass sie schwanger war. Der konservative Hintergrund ihrer Erziehung ließ keinen Raum für Zweifel Ricky und sie waren dazu bestimmt, zu heiraten. Wenn sie nicht den Zorn der Hamons auf sich ziehen wollten in dem, was Ricky als Blitzhochzeit bezeichnete, tauschten sie am 20 April dieses Jahres ihre Gelübde aus. Was eine Märchenhochzeit hätte sein sollen, entpuppte sich er als hastige Lösung und deutete auf bevorstehende Herausforderungen hin. Ricky und Chris begaben sich auf die Reise des Elternseins und begrüßten vier Kinder in ihrem Leben, doch die wachsende Familie vermochte es kaum. Ricky strauchelnde Karriere wieder zu beleben unermüdlich initiierte Ricky Anfang der 70er Jahre eine Comeback-Tour. Um ein frisches Publikum mit neuem Material zu begeistern leider traf das Vorhaben auf ein entmutigendes Schicksal während eines Auftritts im Madison Square Garden griff das Publikum zu lauten berufen, was Ricky empörte. Doch aus dieser Enttäuschung erwuchs ein Funke des Triumphs. Angestachelt von der Verbitterung nach dem Fiasko im Madison Square Garden kanalierte Ricky seine Emotionen in die Schaffung eines neuen Songs, des mittlerweile berühmten Golden Party. Mit Texten, die mit dem Gefühl resonierten, man kann nicht jedem gefallen, also musst du dir selbst gefallen, markierte es Rickys letzten Erfolg. Der Traum vom weltweit ersten Teenager-Idol war verblast und gleichzeitig zerfiel sein persönliches Leben. Bis 1975 stand die Ehe von Ricky und Chris unter den Belastungen durch seine schwindende Karriere. Harmon, an ein üppiges Leben gewöhnt, verlangte Rickys Anwesenheit zu Hause und erwartete beträchtliche finanzielle Unterstützung. Zwischen unmöglichen Entscheidungen gefangen, griff Ricky zu unermüdlichen Turnien in dem Versuch, seine Frau zu besänftigen. Der Wendepunkt nährte sich bedrohlich. Enttäuscht und einsam suchte Chris Trost im Alkohol, was zu einem herzzerreißenden Ergebnis führte. Ihrem Alkoholismus erliegen, begann sie, ihre Kinder zu vernachlässigen, und die Ehe, unwiederbringlich beschädigt, endete in einer Scheidung im Jahr 1977. Doch die Verbitterung zwischen Ricky und Chris hielt an und webte eine bittere Erzählung, die über die rechtliche Auflösung ihrer Union hinausging. Die Scheidung ist unweigerlich ein unangenehmes Erlebnis, aber das Leid intensiviert sich, wenn es unter dem gnadenlosen Blick der Öffentlichkeit stattfindet. Für Ricky und Chris wurden die Boulevardzeitungen zu gnadenlosen Kanälen, die Gerüchte und Geschichten über familiäre Zwietracht auf Titelseiten verbreiteten. Die Folgen der rechtlichen Auseinandersetzungen, gepaart mit der offiziellen Trennung im Jahr 1982, ließen Ricky praktisch mittellos zurück ein finanzieller Abschwung, der ihn scheinbar zu fragwürdigen Entscheidungen führte. Im Jahr 1980 lag Rickys romantisches Leben in Trümmern, wobei nachfolgende Verwicklungen die Verwüstung verschlimmerten. Ricky, der sein Playboy-Image annahm, traf während seiner Turnien auf Georgian Crew, was zu einer Liaison führte, die ihn verfolgen sollte. Monate später entdeckte Crew ihre Schwangerschaft und versuchte, Ricky die Nachricht zu überbringen. Die Reaktion der sie gegenüberstand, war jedoch alles andere als lobenswert. Bedauerlicherweise wurden Crews Versuche, mit Ricky zu kommunizieren, vereitelt, angeblich von einem seiner Mitarbeiter, der kaltschneuzig behauptete, Rick wird dieses Kind nie sehen wollen die darauf folgenden rechtlichen Auseinandersetzungen, ausgelöst durch Bluttests, die Rickys Vaterschaft bestätigten, gipfelten in Unterhaltszahlungen. Doch dunklere Gerüchte rankten sich um die Nacht, in der sie sich trafen, und deuteten auf Rickys Verwicklung mit Crews Schwester hin eine beunruhigende Enthüllung. Zu diesem Zeitpunkt war Ricky finanziell erschöpft, mit einer schwächenden Karriere und den anhaltenden Folgen einer turbulenten Scheidung dennoch griff das Schicksal ein, als er Helen Blair begegnete. Einem faszinierenden Model und exotischen Tiertrainer in Las Vegas die anschließende turbulente Romanze sah Blair schnell zu einem integralen Bestandteil von Rickys Leben werden und übernahm Rollen jenseits der einer Geliebten. Trotz familiärer Missbilligung verwarf Ricky Pläne, Blair zu heiraten, um seine Familie zu besänftigen. Die Anziehungskraft des High Life blieb für Ricky bestehen, auch wenn sein Ruhm schwand. Unbeeindruckt von seiner Flugangst erwarb er ein gebrauchtes Privatflugzeug ein Relikt von Jerry Lee Lewis. Dieser unkluge Kauf, durchsetzt mit mechanischen Problemen, legte den Grundstein für ernsthafte Konsequenzen. Die Tournee im Jahr 1985, geplagt von Problemen mit dem defekten Flugzeug, verlief gefährlich. Mechanische Probleme zwangen die Crew, das Flugzeug von den Startbahnen zu schieben, was zu Absagen und anhaltenden Herausforderungen führte. Ungeachtet dessen setzte Ricky die Tour fort und versuchte, seine Karriere und finanzielle Lage zu retten. Tragischerweise erreichte Rickys Unvernunft ihren Höhepunkt an Silvester 1985 beim Abflug von Guntersville, Alabama, zu einer Silvesterparty in Dallas, Texas, hatte das Flugzeug katastrophale mechanische Probleme, die in einem Absturz kurz nördlich des beabsichtigten Ziels gipfelten. Die Trümmer, verbunden mit Feuer und Kollisionen mit Bäumen, forderten das Leben von Ricky, seiner Freundin Helen Blair und allen Bandmitgliedern und Crewmitgliedern, einschließlich des ehemaligen Steppenwolf-Mitglieds Andy Chapin. In einer grausamen Wendung zeigte Rickys Familie sogar nach dem Tod von Helen Blair Verachtung. Die Familie wies den Wunsch der Familie Blair zurück, ihre Tochter neben Ricky zu beerdigen, und während der Beerdigung wurde Blairs Name nicht ausgesprochen. Das Ableben des weltweit ersten Teenager-Idols halte rund um den Globus wieder und betrauerte den Verlust eines Musikikonen Ricky Nelson erhielt posthum Anerkennung durch seine Aufnahme in die Rock- und Roll-Hall-of-Film im Jahr 1987 eine Hommage an seine bahnbrechenden Beiträge, zur frühen Rock'n'Roll-Musik und das vorzeitige Ende seines außergewöhnlichen Lebens. Ein Radiostar, TV-Star, Filmstar und Rockstar Ricky Nelson war eine facettenreiche Persönlichkeit, die einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen vieler hinterließ.